Wie viele Pferde sind auf dem Brandenburger Tor zu sehen? Fünf, vier oder keine? Vier. Eier, Quatt, natürlich. Quattro. Quatt, vier. Welche Schreibweise ist die richtige? Rhythmus, Rhythmus oder Rhythmus? C. Würde ich jetzt sagen. Ja. Zurecht. Durch welches Körperteil verläuft der Karpaltunnel? Bein, Hals oder Hand? Das weiß ich, weil eine Freundin von mir so ein Karpaltunnelsyndrom hatte und da musste sie immer so eine Schiene tragen. Das ist an der Hand, glaube ich jetzt. Einfach mal. Also nicht so Selfies machen, Leute, dann Karpaltunnelsyndrom ist nicht geil. Also.